guten abend ich melde mich hier von der köhlbein sperre im malter tal das ganze gehört dem verbund dass hier wird unser strom erzeugt und dann gibt es ein kleines rund video da bin ich etwas später dran weil ich den ganzen tag verplempert habe verplempert nicht aber es gab halt anderes auch zu tun liebe größe ehre sei dem vater und dem sohn und dem heiligen geist wie im anfang so auch jetzt und alle zeit und in ewigkeit amen das hochgebirge ist einfach schön